Ich habe einfach komisch vor mich hingeatmet, dass mir deswegen auch schwindlig geworden ist. Vom Atmen und vom Schmerz. Und dann bin ich fast, fast, so weit weg war ich, in so eine Mini-Panik verfallen. Tja meine Damen und Herren, gestern habe ich das schmerzhafteste Erlebnis durchgemacht, das ich jemals durchleben musste. Es hat ganz klein angefangen, so wie die Sachen eigentlich immer beginnen, und hat sich dann extremst gesteigert. War nicht schön. Ich habe gestern Abend, so wie jeden Donnerstag, reingestreamt und gegen Ende des Streams, so in den letzten zwei Stunden, habe ich gespürt, dass hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Also dieser Muskel hier oben drauf hat wehgetan, hat sich verspannt oder angespannt, und ich habe schon gesagt, hey Leute, irgendwas ist komisch, ich glaube, ich muss mir ein Wärmekissen holen. Habe dann noch eine halbe Stunde weitergemacht und habe dann gespürt, es geht nicht mehr, ich muss mich jetzt unbedingt irgendwie aufwärmen da hinten, damit es aufhört, weil das langsam hochgezogen ist, hier am Kopf hoch, und ich wollte nicht Kopfschmerzen kriegen. Hatte das schon ein paar Mal, und da war das auch nicht extrem wild, aber Kopfschmerzen im Stream ist halt scheiße. Darum, pam, Wärmekissen draufgeklatscht und gehofft, dass es besser wird. Und tatsächlich wurde es etwas besser, zumindest vom Feeling her, und wir haben noch ein bisschen weiter gestreamt. Und so gegen halb eins, eins, glaube ich, oder sogar kurz nach eins, ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich den Stream dann schlussendlich ausgemacht und bin dann noch kurz ins Wohnzimmer, wollte noch eine Kleinigkeit essen, weil ich habe ja auch gerade zwei Nächte davor Magen-Darm-Geschichten gehabt. Yeah, hey, hat natürlich Riesenspaß gemacht, und ich hatte langsam mal wieder Hunger bekommen und wollte noch eine Brezel oder sowas essen. Also habe ich mich ins Wohnzimmer gechillt, die Brezel genascht und dabei noch einen Film geguckt, ich glaube, Enders Game, ziemlich nice, das Teil. Und ja, eine Stunde später, so gegen zwei, dachte ich mir, ich sollte mich jetzt langsam hinlegen, vor allem spüre ich, wie der Schmerz nicht nach hier oben zieht, sondern nach hier unten, in den Arm rein. Und das hat mich an einen Schmerz erinnert, den ich schon mal hatte, und der ziemlich nervig war. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Es fühlt sich so an, als hätte man hier einen Nagel so reingekloppt, der aus Eis ist. Also so ein ganz kalter, ekelhaft stechender Schmerz. Darum habe ich mich dann direkt hingelegt, weil ich dachte, hey, wenn ich mich hinlege und dann schlafe, dann wird das schon wieder besser. Als ich diesen Schmerz im Arm, dieser Nadeleisschmerz, das erste Mal hatte, war es so, dass ich den über eine Nacht hinweg einfach ertragen habe, weil er auch nicht sonderlich stark war. Ich habe einfach gepennt, bin morgens aufgewacht, wollte mich rüberlehnen auf die rechte Seite, dort, wo der Schmerz war, und merkte, er ist immer noch da, und er war so unangenehm, dass ich dann einfach ein Medikament genommen habe. Ich glaube, irgendwas so Muskelgeschichten und Schmerzmittelkram. Und da war das direkt weg, und gut war's. Also dachte ich mir gestern Nacht auch, ich lege mich einfach hin und schlafe, vielleicht brauche ich gar keine Schmerztablette, im besten Fall, weil ich hatte ja erst Magen-Darm-Kacke am Laufen. Und auf so einen geschundenen Magen- und Darm-Trakt, dann sich eine Tablette rein zu pfeifen, ist ja auch irgendwie dumm. Also von daher, lieber hinlegen und chillen. Dann habe ich mich hingelegt und den Film auf dem Handy noch zu Ende geguckt und habe dann schon gemerkt, oh oh, das wird ganz schön arg. Also es war schon der Schmerz dann, nach ein paar Minuten, den ich damals im Arm hatte, als ich morgens aufgewacht bin, und hat sich irgendwie noch verschlimmert. Und ich konnte nur auf der Seite liegen, also auf der linken, und den Arm ganz gerade an meiner Seite liegen haben. Ich habe mich auch so ein bisschen mit dem anderen Arm festgehalten, dass er nicht runterrutscht. So war der Schmerz aushaltbar, so konnte ich auch ab und an einschlafen. Aber immer, wenn ich eingeschlafen bin, habe ich mich bewegt und der Arm ist nach hinten oder nach vorne, meistens nach vorne, runtergerutscht. Und dann ist der Schmerz echt brutal geworden. Und ich lag ja wohl gemerkt noch auf der Seite, also auf der linken Seite, die nicht geschmerzt hat. Und ich habe den Arm einfach nur so dann gehabt, im Liegen, seitlich. Und ich dachte, ich muss um mich schlagen, vor Schmerz. Also habe ich versucht, den Schmerz wegzuatmen, weil ich wusste, ich muss mit dem Schmerz jetzt klarkommen, um einpennen zu können, weil ich Rückenschläfer bin und mich irgendwann eher auf den Rücken legen muss. Und da war schon drastisch der Schmerz. Auch noch aushaltbar, aber drastisch. Also habe ich ein paar Atemtechniken gemacht, auf der Seite gelegen wie so ein Dödel, und habe mir den Arm festgehalten und habe mich langsam, aber sicher in den Schmerz reingeatmet. So, dann war ich damit durch und habe es gewagt, mich auf den Rücken zu legen. Zack. Und dann war es ganz kurz gut. Also der Schmerz ist nicht weniger, aber auch nicht mehr geworden. Also nicht sofort. Und nach so ungefähr zehn Sekunden ist es wie so eiskaltes Wasser hier so reingeflossen, also in die Schulter hier so runter, bis hierhin. Hat den Nagel verstärkt und hat mir den Arm hier oben, hier unten, also hier vorne, hier vorne und bis hoch in den Finger. Dieser Schmerz hat eher einem Taubheitsgefühl geglichen und es war richtig kalt, also es hat sich kalt angefühlt. Und das war echt widerlich. An der Stelle behaupte ich einfach von mir, dass ich ziemlich schmerzresistent bin und gut mit Schmerz auskomme. Aber das war halt im Liegen einfach unaushaltbar. Vor allem konnte ich so nicht einschlafen. Das war einfach zu schlimm. Also stehe ich auf, bin in die Küche gegangen und habe mir eine Tablette geholt. Eine 400er Ibu, glaube ich, oder sowas. Wir hatten leider keinen, ich habe letztes Mal Voltaren oder irgendwas genommen, so eine kleine, winzige, so ein winziges Pillchen und das hat ultra gut geholfen. Dieses Mal habe ich halt nur eine Ibu gehabt, naja, was soll's, rein damit hingelegt und gehofft vor allem, dass der Magen nicht kaputt geht damit. Habe mich wieder auf die gute Seite gelegt, also links hin, den Arm angelegt und einfach ganz still so liegen geblieben. Langsam aber sicher habe ich dann wieder in den Schlaf gefunden, aber dann hat die Katze miaut. Die wollte raus. Also stehe ich auf und merke beim Aufstehen, wie der Schmerz weg ist. Also ich dachte, oh mein Gott, ich habe es geschafft, alles überstanden, war halb so schlimm, was soll's. Lauf also bis zur Haustür, lass die Katze raus und gucke ihr noch nach. Und draußen war es arschkalt und die kalte Luft zieht rein. Ich dachte, uff, das ballert ja richtig gut und mir kam es kurz so vor, als wenn mein Arm einfach nur kalt geworden wäre. Ich stand halt im T-Shirt da, als wenn vor allem der rechte Arm einfach nur kalt geworden wäre. Aber dann habe ich gemerkt, wie der Schmerz wirklich stechend hervorschoss und mein Arm einfach nur wieder so ein bisschen taub war. Also es war hundertprozentig auch irgendwo ein Nerv eingeklemmt. Noch in diesem ganzen Verzug von Muskeln, was weiß ich, war ein Nerv auch noch eingeklemmt. Und da bin ich da gestanden und habe schon so kalte Schweißausbrüche bekommen und wusste echt nicht, was ich machen soll. Also ich habe die Türen dann zugemacht, habe mein Gesicht verzogen, als hätte ich einfach in fünf Zitronen reingebissen und wusste nicht, was ich machen soll, weil der Schmerz wirklich so schlimm war, dass ich nicht richtig denken konnte, also nicht klar denken konnte. Ich bin auf und ab gegangen, habe dabei vor mich hingeschnauft, aber sicherlich nicht gut. Also meine Atemtechnik war komplett im Arsch. Ich habe einfach komisch vor mich hingeatmet, dass mir deswegen auch schwindlig geworden ist, vom Atmen und vom Schmerz. Und dann bin ich fast, fast, so weit weg war ich, in so eine Mini-Panik verfallen. Zum Glück habe ich mich zusammengerissen und mir gesagt, ich lege mich jetzt einfach wieder hin, auf die Seite, Schonlage und hoffe, dass es besser wird. Meine Frau ist dann wach geworden, hat gefragt, was los ist. Sie natürlich noch gebeutelt, weil sie hat auch Magen-Darm-Infekt-Grippe, wie auch immer gehabt. Sie hat die ganze Sache gute 24 Stunden nach mir bekommen. Das heißt, sie war noch ziemlich deep drin, also auch geschwächt. Und ja, sie hat mich halt dann gefragt, was los ist. Und ich habe gesagt, ich habe die Schmerzen meines Lebens und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss so liegen bleiben, ich kann nichts machen, wenn ich aufstehe, wird mir so schwindlig von meinem schlechten geatmet, und wegen dem Schmerz, dass ich fast umfalle, ich kann nichts machen. Dann ist sie aufgestanden, hat mir nochmal eine 600er-Ibu gegeben, ich habe mir die reingeballert und habe mich hingelegt. Und dann, endlich, die Odyssee ging bis 6 Uhr, 6.59 Uhr war es, glaube ich, also 7 Uhr morgens, bin ich eingeschlafen. Also ich habe dann keine Erinnerung mehr. Ich bin dann eingeschlafen, ich habe die Hand so ins Bein reingekrampft und mit der anderen in den Arm reingekrampft, dass ich ihn unbedingt festhalten kann und bin halt dann so eingepennt und bin dann um 10 Uhr oder 10.30 Uhr oder so wieder wach geworden und habe diesen Moment gehabt, in dem man nicht genau weiß, was los ist. Ich habe kurz so überlegt, generell, was war, warum liege ich so, weil ich lag immer noch so da. Ich bin diesmal nicht verrutscht, ich lag einfach felsenfest so da. Und dann habe ich meinen Arm losgelassen, habe den langsam so nach vorne runtergleiten lassen erstmal und habe gemerkt, es fühlt sich irgendwie komisch an, aber es tut nicht weh. Dann lege ich mich auf den Rücken und lege den Arm neben mich und das war einfach wie, als hätte mich, als hätte mich, keine Ahnung, ein Engel geküsst. Also auf den Arm. Geht's mir wieder, buh, buh, buh. Ich habe keinen Schmerz gehabt und konnte endlich nach Stunden dieser verkackten Lage, ich bin halt einfach Rückenschläfer, kein Seitenschläfer, endlich auf dem Rücken liegen. Das war einfach geil. Also ich habe dann, ich habe mir gedacht, ich penne direkt, aber ich konnte dann nicht mehr schlafen. Ich war dann so aufgekratzt, wenn es gut ging, dass ich halt dann aufgestanden bin. Aber ja, alles war dann wieder gut. Die Verkrampfung oder was es auch immer war, war weg. Ich habe dann mir noch eine Massage geben lassen und noch ein paar Tipps und Tricks und mit Übungen und hin und her, weil ich ja so viel am PC sitze, was man alles machen kann und so weiter. Wer Fragen hat, dem kann ich es auch gerne noch in den Kommentaren schreiben. Da gibt es einige Dinge, die man machen kann und ja, also ich muss jetzt wohl langsam Krankengymnastik machen, weil ich alt bin. Durch die schlechte Haltung kann sowas natürlich kommen, wobei das schon ziemlich extrem war. Ich hatte es zwar schon mal, aber das war jetzt schon eine krasse Steigerung. Also sowas will ich echt nicht nochmal haben, nicht nochmal erleben. Deswegen werde ich jetzt auch gleich vor dem Livestream noch meine Übung machen. Also falls es wieder im Livestream-Tag kommt, ich glaube aber schon, wahrscheinlich Freitag, 20 Uhr, bumm bumm, da ist wieder Livestream, rankommen. Ja und dann erzähle ich euch im Stream wahrscheinlich die gleiche Story nochmal. Hey, das war wirklich nicht schön und ich denke, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der schlimmste Schmerz war, den ich jemals hatte. Mir ist hier vorne dieser Schneidezahn, da ist mir die Wurzel abgestorben und ich war dabei. Kann ich euch auch mal in einer kleinen Story erzählen, wenn ihr wollt. und da hätte ich an der Decke entlang krabbeln können vor Schmerz. Aber das ist ein anderer Schmerz natürlich, der ist im Kopf, am Kopf und da vorne, das sind die sehenden Zähne, ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, es war auch ein sehr, sehr, sehr starker Schmerz. Ja und ich denke, aber vielleicht auch nur, weil es aktuell ist, dass der gestern noch einen Ticken drüber war. Aber vielleicht halt auch nur, weil es gerade erst gestern stattgefunden hat und ich den ja schon wieder vergessen habe. Das kann sein. Das war für mich auf jeden Fall eine extrem kackige Nacht, zumal die zwei Nächte davor zwecks Magen und Damm auch nicht schön waren. Vielleicht habe ich mir da auch noch irgendwas im Zusammenhang geholt. Also ich bin einmal sicherlich mit Fieber kurz in T-Shirt runter ans Auto gegangen und habe meiner Frau beim Ausladen geholfen und habe was recht schweres rechts getragen. Vielleicht habe ich mir da gleich noch so einen Verriss geholt oder sowas. Schön eiskalt mit Fieber runter, T-Shirt halt und Schlappen an. Keine Socken. Also vielleicht habe ich, ja, ich habe es rausgefordert wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es muss echt nicht nochmal sein. Falls du schon mal so einen Schmerz erlebt hast, gerne in die Kommentare rein. Auch gerne mit einer Skala von wegen hey, ja, also man hört ja, die Wurzelbehandlungen sind ja schon krass und meins wäre ungefähr eine Wurzelbehandlung mal 100 oder so irgendwie, ne? Also gerne auch mit irgendwelchen Vergleichen und ja, dann lesen wir es dort, ne? Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Reingucken natürlich, ganz klar. Haut da rein und vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?